so da bin ich wieder letzte runde mit jaraxos dritter gewesen davor war ich fünfter mit toki davor erster mit etc zweiter mit reno jackson und erster mit grausel ruchts dann steigen wir doch mal wieder ein lettering so 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 Sachen zu machen. So, da sind wir da wieder an Bord. Jetzt könnte ich den verkaufen Hero Power machen. Für einen stärkeren Hund. Von Stats her hätte ich ein Leben weniger. Aber potenziellen stärkeren Hund. Oh. Das war natürlich Fail. Egal. So haben wir den Buff noch gekriegt. Dann ist der gar nicht gestorben. Das hat er jetzt nicht am Schirm. Ah, wäre ich sowieso draufgegangen. Das hätte gar nichts geändert. Ein kleines Missgeschick. Nichts weiter. Ein kleines Missgeschick. Hm. Echt jetzt, Mann. Echt jetzt. Ihr seid dran, Freund. Jetzt breitet die Flügel aus und sieh los. Gut. Da draußen geht es wirklich heiß her. Da draußen geht es wirklich heiß her. Da draußen geht es wirklich heiß her. Und es geht es wirklich heiß her. Das war's für heute. 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 Das läuft nicht gut, Leute. Das war's für heute. 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 Hund ist durch, ne? Das war's für heute. Für die dunkle Fürstin. Für die dunkle Fürstin. Das war's für heute. Ey, ey, ist... Ey, 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 ey. ja dann sind wir wieder bei 5000 aber so ist das leute ne also halt mal ein paar runden hintereinander wurde richtig krass gewinnst und da hast du wieder runden die richtig mies laufen dritter fünfter erster zweiter fünfter dritter wie auch immer bis zum nächsten mal